Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge. Wir sind wieder bei Metro Exodus und wir haben hier hinten was gefunden. Schauen wir doch mal, was es hier so gibt. Kleines bisschen was von allem. Kleine Särge, größere Särge, Spinnenweben. Also in einem Adventure hätte ich jetzt gefragt, warum wir dieses Rad nicht mitnehmen können. Aber wie gesagt, das da unten sieht noch sehr, sehr, sehr interessant aus. Da werden wir auf jeden Fall durch müssen, so wie es aussieht. Okay, wir nehmen die Waffe wieder runter. Oder lassen die Waffe unten. Und schauen mal, was jetzt hier so... ...an der Kirche auf uns zukommt. Erstmal jemand Totes, super. Notiz des Jägers. Wenn mir irgendetwas zustößt, dann solltet ihr Folgendes wissen. Bei der Ratsversammlung habt ihr meinen Antrag, euch Romans Sichtweise anzupassen, nicht zugestimmt. Ihr wisst aber alle, dass Tojan kurz vor seinem Tod sagte, dass er den Gebieter nur mit einem Molotow-Cocktail fernhalten konnte. Wie viele Leute müssen wir noch verlieren? Wie lange sollen wir vor diesem Monster noch davonlaufen? Vor dem Rad habe ich das nicht gesagt, aber ich sage es jetzt hier und jetzt. Roman, du bist ein Feigling. Ich werde den Gebieter verjagen. Oder dabei sterben. Und dann werdet ihr wissen, dass ihr zwei Ausbilder mit eurer Feigheit umgebracht habt. Okay. Es passiert doch jetzt nicht etwa das, was ich denke, oder? Bitte sagt mir jetzt nicht, dass wir hier drinnen gegen den großen Bären kämpfen müssen. Okay. Andere Waffe. Okay. Da nehmen wir die Sprengpfeiler. Da haben wir alles. Schön. Chat sagt mir gerade, du wirst dich gegen den großen Bären kämpfen müssen. Alles klar. Ich werde also gegen den großen Bären kämpfen müssen. Ich würde sagen, da haben wir jetzt alles. Erstmal so. So. Das sieht doch hier optimal aus wie eine Arena zum Kämpfen von irgendwas Großem. Wollt mich doch verarschen. Ihr wollt mich jetzt echt gegen das riesen Vieh kämpfen lassen. Das ist nicht ganz, oder? Ich trau mich nicht. Wir gucken uns erstmal noch ein bisschen um. Also um im Sinne von, was können wir denn noch looten. Oh oh. Hier hinten gehen schon die Vögel hoch. wir können ja mal die waffe weiter ein bisschen zurückhalten ganz für den fall der fälle dass ich jetzt hier zu übervorsichtig bin oder dass ich zu paranoid bin warum sieht das der entwickler und spiele designer der level designer zum zum projektleiter wie offensichtlich möchtest du es machen dass hier ein arena kampf stattfindet projektleiter so ja wir haben da was um hoch zu gehen irgendwohin hier riesengroße weite flächen hey du hast uns doch beim letzten mal auch nichts getan dann tun uns doch jetzt bitte auch einfach nichts macht doch oder da hat ein sound sample gefehlt glaube ich ich war nichts willst unbedingt was tun das war es aber Aber ich kann es warm nehmen. Komm mal hier lang! Komm, komm! Nein! Nein! Na komm! Ähm, Spiel! Spiel! Ähm, alles klar! Danke, Spiel! Spiel? Spiel? Ja, ich habe auch gerade einen FPS. Ähm... Spiel? Also meine Grafikkarte langweilt sich, das Spiel kommt aber irgendwie nicht damit klar. Ähm... Ähm... What the fuck? Hey! Wie soll ich denn so spielen können? Spiel? Will? Willst du mich verarschen? Jetzt, jetzt sagst du mir doch, ist okay. Warte mal kurz, ich muss hier mal... Warte mal kurz, ich muss hier mal... Ich habe aber halt keine... Achso, warte mal... Ich habe aber halt keine... Appenn ein... Mann! ... Kann es sein, dass ich vielleicht gar nicht gegen den wirklich kämpfen soll Sondern einfach hier durch soll Nein Okay Das war's für heute. Was? Was? Einfach so? Müssen Sie mich verarschen? Boah! Alter! Das ist... Nach so einem Kampf und dem hin und her geruckelt, liebes Spiel, machst du jetzt sowas? Was soll das? Du fühlst mich doch verarschen oder? Das ist ja wirklich antiklimatisch. Erst hier einen übelst auf ruckeli ruckeli ruckel machen. Und das, obwohl sich mein gesamtes System gelangweilt hat wie verrückt. Und jetzt sowas. Ich glaub sagt. Ich glaub sagt. Ich mein, hey, wir haben das ganz souverän, völlig ohne Probleme, haben wir das hier hinter uns gebracht. Dreh mal rum. Ah, kein Sprit mehr. Ah. Waren wir wohl jetzt Sprit suchen müssen, ne? Hey, kommt ein bisschen was ist drin, ja? Vielleicht nicht viel, aber ein bisschen. Probier's doch mal. Das reicht bestimmt für einen kurzen Spruch. Ein kurzer Funkspruch. Hm. Okay. So. Oh, das passt erstmal. Waren wir so. Das passt auch. Bisschen reinigen. Ja, dann machen wir hier wieder ein Schalldämpfer drauf. Hab ich nicht gesagt, ein Schalldämpfer drauf? Hab ich zu schnell geklickt. Hm. Hm. Stehen bleiben, Streuner! So sehen wir uns also wieder. Ich wette allerdings, dass du nicht mehr weißt, wer dich aus dem Wasser gefischt hat. Ich heiße im Übrigen Olga. Olga. Ich weiß. Warst du das etwa, der gegen den Gebieter des Waldes gekämpft hat? Wahnsinn. Unsere Jäger haben sich schon seit Jahren von ihm ferngehalten. Ich nicht. Verdammt. Entschuldigung, Lehrmeister. Das Schloss ist völlig verrostet. Dein Freund Aljoscha ist bereits am Damm. Er sagte, euer Oberst würde nicht warten. Du hast also nicht viel Zeit. Tut mir leid. Ich kann dich nicht dorthin bringen. Bei der heutigen Ratssitzung haben die Piraten beschlossen, euren Zug anzugreifen. Dabei durften sie den Rat ohne mich nicht einmal einberufen. Und jetzt liegt es mal wieder an mir, das zu regeln. Aber ich habe noch ein paar Minuten, um dir den Weg zu erklären. Du brauchst ein Boot, um zum Damm zu kommen. Okay. Unsere Piraten haben alle Boote in ihrem Sumpflager. Sie geben auch ungern etwas her. Allerdings ist das auch kein Grund, anzugreifen. Niemand möchte, dass Blut vergossen wird. Bleib also einfach außer Sicht weiter. Ey, 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 ey. Nimm die Straße zur Barrikade. Geh weiter bis zum Sumpf und such die Anlegestelle. Dort hatten Aljoscha und ich das Boot genommen. Möge der Lehrmeister es mir verzeihen. Ein paar liegen da noch, aber sei vorsichtig. Also gut, Streuner, pass auf dich auf. Ich hoffe sehr, es war kein Fehler, euch zu helfen. Bestell Aljoscha einen Gruß von mir. Mach ich. Ich bleibe noch etwas hier, um mich um das Grab des Lehrmeisters zu kümmern. Aber ich habe euren Lehrmeister gesehen, wenn der aber nicht tut. Du möchtest dich etwas ausruhen, bevor du losziehst? Eine gute Idee. Und ich komme hier gedanklich nicht weiter. Kaum hatte der Gebieter beschlossen, die Umgebung hier heimzusuchen. Kamen keine Leute mehr her. Sie haben es allerdings auch nicht vergessen. Der Lehrmeister hat uns alle großgezogen, hat uns beigebracht, wie man im Wald überlebt. Ohne ihn wären wir schon längst alle tot. Die Mädchen kommen also täglich her. Die Jungs kommen auch manchmal. Sogar Roman kommt zu Besuch, obwohl der Lehrmeister damals wegen ihm gegangen ist. Die meisten von uns gingen den Fluss entlang und nur wenige waren zum Wachdienst im Lager geblieben. Als wir zurückkamen, war das Lager von Banditen überfallen worden. Der Gedanke an den Anblick tut noch immer weh. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Als wir und die jüngere Gruppe aufhörten zu heulen, begann der Lehrmeister die Gräber ganz alleine zu graben. Von den älteren Jungs war nichts zu sehen. Hm. Also halfen wir dem Lehrmeister, unsere Leute zu beerdigen. Es war schon dunkel, als die Jungs zurückkamen und sich ans Lagerfeuer setzten. Roman war so blutverschmiert, dass man nur noch seine Augen und Zähne erkennen konnte. Dann fingen sie an zu reden. Den Spuren zu folgen war einfach gewesen. Die Banditen hatten sie nicht einmal verwischt. Und so hatten die Jungs einfach abgewartet, bis sie alle betrunken in ihrem Lager saßen und sie dann mit ihren Bögen erschossen. Anschließend hatte Roman die Verwundeten erstochen, als seien sie nur Rotwild. Der Lehrmeister saß einfach nur da und hörte zu. Ich weiß noch genau, wie sein Kind zitterte. Und er sagte nichts. Gar nichts. Sie verstanden trotzdem, was er dachte. Am nächsten Morgen war er gegangen, zu dieser Kirche. Zuerst wollte er mit niemandem sprechen. Aber wir Mädchen sahen immer wieder nach ihm, um ihm Bären zu bringen oder ihn um Rat zu bitten. Nach und nach sprach er dann doch mit uns. Trotzdem war er anders, so distanziert. Mit den älteren Jungs sprach er nie wieder. Er beantwortete allerdings ihre Briefe. Und uns Übrigen, die wir ihn weiterhin besuchten, sagte er immer, dass wir ihr Gewissen sein müssten. Dass wir sie davon abhalten müssten, zu Monstern zu werden. Aber wie soll man so etwas machen? Und das war noch nicht alles. Sie begannen sich Piraten zu nennen und machten die überflutete Sägemühle zu ihrem Hauptquartier. Dann fingen sie an, Banditen an Pfähle zu hängen. Eines Tages erwischten sie etwa zehn Banditen lebendig und benutzten sie, um die Jungs einer Prüfung zu unterziehen. Sie sollten die Mistkerle töten. Von unseren Jungs machte das keiner. Gut so. Daher wurden sie als Feiglinge bezeichnet und verbannt. Und so bildete sich dann die Gruppe der Pioniere. Natürlich haben sich inzwischen alle etwas beruhigt. Immerhin sprechen sie wieder miteinander. Aber damals konnten nur Judah und ich bei den Ratsversammlungen für den Lehrmeister sprechen. Letzten Endes hielten Judah und ein paar Jungs es einfach nicht mehr aus und gingen. Ob sie wohl einen besseren Ort gefunden haben? Ich hoffe immer noch Funksignale von ihnen zu empfangen. Wir können ja mal nach ihnen gucken. Und wenn wir sie treffen, können wir ja mal Bescheid sagen. Aber das ist halt wieder so. Sie sind alleine. Es ist genau das, was ich... Der Lehrmeister hatte auch Hoffnung. Aber diese Hoffnung hielt nicht lange vor. Im Juli gingen sie. Und im September erschoss er sich selbst. Roman schien davon erfahren zu haben. Er wurde ruhiger. Und einige der älteren Jungs liefen zu den Pionieren über. Das Wichtigste ist immerhin, dass wir zusammenhalten. Und somit... Somit habe ich eine wichtige Stimme beim Rat. Denn ich kann sie vermöbeln, wenn sie nicht hören. Und das nicht nur, weil sie keine Mädchen schlagen sollen. Ich rede hier von einem fairen Kampf. Und nur ein einziges Mal habe ich einen fairen Kampf verloren. Gegen Roman. Und selbst dabei habe ich ihm ein blaues Auge verpasst, das er eine Woche zur Schau tragen musste. Das hat mir seinen Respekt eingebracht. Er ist es da. Den meisten Ärger hatte ich mit dem Admiral. Er war Romans rechte Hand. Verließ die Sägemühle unter keinen Umständen. Er sagte immer, dass wir sie verteidigen müssten, wenn die Mutanten nicht das ganze Tal auffressen sollen. Aber die Strahlungswerte stiegen dort immer weiter an. Roman überprüfte es höchst persönlich mit seinem Geigerzähler. Bei einer Ratsversammlung ließen Roman und unsere Ausbilder dann alle gegen den Admiral abstimmen. Daraufhin bauten die Piraten am Ufer eine neue Festung, die zum Wohnen reichte. Der Admiral wollte davon nichts hören. Also blieben er und seine loyalsten Lakaien in der Mühle. Seitdem habe ich nichts mehr von ihnen gehört. Die Strahlung ist wirklich ernst zu nehmen. Der Lehrmeister hat uns nicht umsonst davor gewarnt. Und da der Admiral nun weg ist, gibt es niemanden mehr, der es wagt, sich im Rat gegen mich zu stellen. Ich werde sie heute Abend an die Leine legen. Keine Sorge. Ich brauche nur etwas Zeit, meine Gedanken zu sammeln. Politik ist wirklich nicht meine Welt. Ja, das verstehe ich nicht. Ich würde gerne das Tagebuch des Lehrmeisters anhören. Er hat alles aufgezeichnet, als ob er es geahnt hätte. Oh ja, gerne. Ja, ich habe es vermutlich alles schon hundertmal gehört, aber trotzdem... Wir haben ihn im Stich gelassen. Und wie. Ja, aber es ist wie gesagt genau das, was ich meinte. Jetzt hast du hier eine Truppe von Kindern oder etwas älteren Kindern, die dann schon Jugendliche wieder sind. Und die haben auf einmal niemanden mehr, an dem sie sich irgendwie mit Moral oder mit einfach Menschenverstand und so weiter orientieren können. Außer vielleicht diesen einen Lehrmeister, der anscheinend wirklich ein guter Mensch war. Aber was nicht der Lehrmeister ist, den wir jetzt zuletzt getroffen hatten. Okay, selbst er war jetzt ein guter Mensch, aber er hat es selbst trotzdem alleine nicht geschafft, alle unter einen Hut zu bringen. Und so kommen dann natürlich irgendwelche Störfaktoren von außen rein. Die auch nichts Gutes wollen. Die dann natürlich dazu führen, dass die Gruppe sich radikalisiert. Und genau das ist hier wieder passiert. Und durch die Radikalisierung... ...haben wir jetzt auch wieder eine Spaltung. Tja, das alte Leid. Tut mir leid, Olga. Das Funkgerät schweigt. Meine letzte Hoffnung, Ihnen ein positives Ziel zu geben, Sie aus dieser Sackgasse im Wald zu führen, war ein totaler Fehlschlag. Was habe ich falsch gemacht? Wie konnten diese großartigen, talentierten, aktiven, mutigen, ehrlichen und freundlichen Kinder, die aktiv Gerechtigkeit forderten, zu solchen Monstern werden? Klar, ich bin kein Pestalozzi. Aber ich habe alles getan und sogar noch mehr. Ich habe Ihnen meine Seele gegeben, mein Leben. Und zu was hat das geführt? Zu einer abgeschotteten Gesellschaft, die nur Stärke respektiert und nicht weniger grausam ist als die Banditen, die sie bekämpft. Ja, einige von Ihnen haben sich ihre Reinheit bewahrt, den schlechten Einfluss abgetan und sind letztendlich gegangen. Ich habe Ihnen alles gegeben, was ich hatte. Und es waren nur so wenige. Die meisten haben sich geändert. Könnte es sein, dass die Menschheit in dieser Welt, in der selbst die harmlosesten, sich in albtraumhafte Freaks verwandeln, einfach keine Zukunft hat? Worauf kann man da noch hoffen? Was bringt es überhaupt noch, darüber nachzudenken? Ja. Oh ja. Tja, bei der Ratssitzung heute Abend werde ich alle daran erinnern, was der Lehrmeister am Ende gedacht hat. Denen werde ich gründlich den Marsch blasen. Es ist so verständlich alles. Hat der Lehrmeister uns alle gerettet, damit wir nur Leute angreifen? Nein, eben nicht. Uns zu verteidigen ist eine Sache. Richtig. Aber selber anzugreifen, das können sie nicht leugnen. Und wir werden uns zurückhalten müssen. Diese Piraten. Ach, Jungs. Tja. Ich wünsche dir viel Glück. Drück dir die Daumen. Ich werde dann wohl mal gehen, oder? Denk' ich mal. Gute Klamotten hier draus. Mann, 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 der Bär hat auch echt noch nichts von Totenruhe gehört, ne? Ah, das ist... Ah, das ist... Na gut, okay. Na gut, okay. Gut, dann... Hier gab's ja nix mehr, ne? Nicht wie wieder beim letzten Mal, wo ich dann jeder eine Postkarte oder sowas... ...übersehen habe. Oh. Okay, da muss also irgendwo noch was sein, aber wir wollten ja sowieso runtergehen. Ja, dann gehen wir runter. Das machen wir jetzt noch. Aber wenn wir dann unten sind... ...werden wir erstmal die Folge beenden. Ähm, okay. Ja, dann beenden wir jetzt erstmal die Folge. Und dann schauen wir mal, ob wir, ja, möglichst ohne Blutvergießen hier weiterkommen. Hoffnung stirbt zuletzt. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.